Hallo bei wetter.net. Ja, vielleicht konnten Sie es auch den Medien entnehmen. In Österreich gab es am Freitag und am Samstag im Westen teilweise heftige Unwetter. Die Unwetter sind nun erst einmal vorbei. Die sind abgezogen Richtung Ungarn. Bei uns dagegen und auch in Österreich, da kann sich heute zum Wochenstart mal wieder ein Hoch durchsetzen. Es trägt den Namen Katja. Und dieses Hoch Katja sorgt heute in vielen Regionen oftmals für wolkenlosen Himmel. Und dementsprechend können die Temperaturen heute in Deutschland 23 bis 30 Grad erreichen. Auch am Dienstag wird es sehr warm, vor allen Dingen nach Süden und Osten hin. Da können Werte zwischen 28 und teilweise 33 Grad erreicht werden. Hier im Westen, da bleibt es mit 23 bis 28 Grad etwas kühler. Ja, Schauer und Gewitter haben wir dann vor allen Dingen am Dienstag wieder hier im Süden zu erwarten. Die können stellenweise wieder recht kräftig ausfallen. Auch am Mittwoch gibt es immer mehr Schauer und Gewitter, vor allen Dingen wieder hier im Süden. Und die Temperaturen, die erreichen 20 bis 29 Grad. Auch dann kommt der große Sommerabsturz zum Donnerstag hin. Die Temperaturen, die am Dienstag hier im Süden noch bei 30 Grad lagen, erreichen dann noch 12 bis 15 Grad. Zu viele Wolken, immer wieder Regen. Richtung Alpenland heftige Regenfälle, teilweise sogar mit Hochwassergefahr. Und in den Alpen, selbst da kann es oberhalb 1800 Meter sogar Schneefall geben. Die Temperaturen, wie gesagt, nur 12 Grad unter den Regenwolken und sonst maximal 23 Grad. Am Freitag und Samstag bleibt es sehr wechselhaft. Der August geht insgesamt unbeständig weiter. Aber die Temperaturen, die ziehen wieder etwas an und können am Samstag sommerliche 25 Grad erreichen. Ja, mit diesen Aussichten einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, bis bald.